So, nachdem ich nur vergessen habe, vielleicht auch erstmal das Game anzumachen, bevor ich mein Intro mache, wird es noch ein bisschen dauern, aber ja, das Game geht weiter, nope, wir machen das selber und ja, es ist gerade zu spät, um jetzt hier irgendwie so zu tun, als würde ich in der Lobby zu sein und das, ja, alles so, ja, wir sind Lobby und vorher schon schön auf Free-Kamera stellen und Broadcaster wegmachen, sodass es so aussieht, also wir das kein Spectator-Cast, aber nein, ist auch ganz angenehm, so, weil, naja, nicht so viel Delay und so, ja, ich glaube irgendwie mit Score, EG, EG 1-0, ha, das geht irgendwie so, bin ich ganz sicher, ob der Move-Bot so zu bedienen ist, egal, wir sind zurück in der Dota 2 Asian Champions 2015, heute Nacht um 5 im Spiel EG gegen VG, halbfinale Zeit, bisher liegen VG Gaming 1-0 vorne, EG hat ein bisschen Push versucht, hat aber absolut auf Tumbo-Ohren getroffen und VG hat das quasi easy-peasy abgeschmettert und dieses Mal VG Gaming sehr früh wieder mit dem Sniper-Pick, diesmal aber Clockwork-Goblin vorher und kein Badrider, denn der wurde jetzt mal gebannt, sondern ein sinnvoller Bann hier. Ja, Badrider und Venture Spirit als erstes weggemacht, zwei Positioning-verändernde Helden, von daher könnten wir hier vielleicht den Void oder sowas sehen, nicht ganz sicher, besonders der Venture Spirit Bann könnte ja meistens auf irgendwas Positioning-Sachen hinweisen, aber nicht sicher. Naja, VG Gaming, Bann den Aoi Chen und dies macht den Lion, hat Aoi halt auch im letzten Game eine sehr, sehr gute Performance geliefert. War ein schwieriges Game für PPD, war natürlich klar, mit dem Abaddon muss man halt irgendwie auf den Badrider reagieren, aber hat glaube ich einmal das Lasso abgebrochen oder auch zweimal, aber es war halt, dadurch, dass halt kein Force-Dev auf Eis des Eis vorhanden war, war es halt nie so ein Lasso, wo man halt schnell das Schild drauf machen muss, damit das Positioning abgebrochen wird, denn es war halt kein Positioning. Tja, aber erstmal Shadow Fiend zu Male hier für EG, in der Mitte. Shadow Fiend gegen Sniper sollte eigentlich Shadow Fiend auf die lange Sicht gewinnen. Sniper hat mehr Reichweite, Shadow Fiend hat mehr Damage, aber Long Races sind halt auch ähnlich, die Reichweite zum Sniper. Weiß ich nicht, wie das Line-Up ausgehen sollte, aber Shadow Fiend sollte da eine kleine Age haben und EG gehen mit dem Beastmaster als Second Pick. Also halt schon früh diesen starken Disable geholt, um halt auch Pick-Offs zu bekommen und mit dem Hawk halt gute Vision zu haben. Das Problem ist bei einem bisschen Hawk into Clockwork, ist halt so eine Sache, weil da gibt es ziemlich schnell Easy Gold für den Clockwork, soweit ein Hawk gesehen wird, pew 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 und der Hawk ist down. Tja, mal schauen mal, Sniper letzten Mal ein Superheld, vielleicht wird es jetzt hier ein Blackheld, wobei auf der Mitte gegen Shadow Fiend, es gibt schlimmere Helden, von daher sollten sie wahrscheinlich Sniper immer noch in die Mitte stellen. Kommen erstmal Respekt Buns, Sand King kommt weg für FY, der einen richtig überzeugenden Sand King spielen kann. Aber erstmal raus. FY Sand King ist einer der besten Sand Kings, die ich bisher so gesehen habe. Tatsächlich nicht in diesem Tournament, glaube ich. Aber wo waren das? Hast du auch VG gespielt? John Luther Masters hat in der VG mitgespielt? Bin ich nicht ganz sicher, aber Sand King auf FY, ziemlich coole Sache. In Igmar Ban wollen IG halt wirklich nichts im Dschungel geben, denn Aoi versteht den Dschungel wie keinen anderen und wollen das auf jeden Fall da ruhig haben, dass da nichts im Dschungel abgeht, denn es sieht so aus, als ob VG Gaming halt doch eher stacken im Dschungel und halt nicht diese klassischen Jungler spielen. Zumindest bisher nicht in der letzten Zeit, wo ich sie gesehen habe. Und ja, Dschungler werden dann Vorteil. Der FY ist, Earth Shaker geht jetzt hier down, geht jetzt down, wird gebannt. Auch wieder ein Respekt Bun an FY. Beziehungsweise vielleicht haben sie wieder ein bisschen mehr was an Minions vor. Okay, der Boar ist da, der Hawk, glaube ich, zählt auch für Echo Slam, aber der wird wohl nicht irgendwie in allen Helden drin stehen. Zumindest sollte er es nicht, es sei denn Beastmaster panickt und drückt alle seine Knöpfe auf einmal. Trotzdem aber, ja, Earth Shaker hat auch ein starker Support hier und mit Clockwork Cox und mit Fischer, glaube ich, haben sie da Schwierigkeiten, irgendwo hinzugehen. Beastmaster und Shilofin, beides doch eher recht immobile Helden, ohne die Blinkdäcker jeweils, wenn die auf Kudan sind. Von daher, Fischer und Cox könnten hier gutes, starkes Positioning gemacht haben. Auch schöner Band von VG Gaming, hier wieder den Liken rausgebannt, einfach weil Earth Shaker und Sand King gebannt sind, die ja doch gegen große Minion-Armeen eigentlich halt ziemlich gut AOE-Davage machen und halt besonders der Earth Shaker halt gegen die Minion-Armeen sehr gut mit dem Echo Slam ist, was man im letzten Game gesehen hat. Von daher rechnen hier VG wieder meinem Liken als Minion-Based Held. Weiß nicht, ob VG das auch so gedacht hat und könnte durchaus sein. Ja, zum einen der Juggernaut. Danke, Chat. Korrektus. Ja, also, okay. Ich würde jetzt Props geben, hey, Juggernaut wurde im Chat vorher gesagt, andererseits, seriously, ja, Juggernaut. Also, 100% Pick-Bahn-Rate, glaube ich. War jetzt nicht so schwer zu predikten. Ich war noch nicht da, ich habe bestimmt gleich gesagt, dass dann Juggernaut kommt. Nein. Aber das wird wohl in Juggernaut Black und Sniper wieder super. Eises Eise übernimmt den Clockwork. Und dann haben wir noch zwei Supports da. Und die Auswahl ist doch noch relativ groß. Many Cores wurden jetzt rausgenommen. Wir haben aber noch hauptsächlich den Witch-Doktor, der, glaube ich, als 100% Pick-Bahn ist. Aix ist auch noch drin, ja. Aix für EG wäre eine Möglichkeit. Die Frage ist halt nur, ob sie Aix so oft spielen. Und die Offlane mit Beastmaster ist halt auch so eine Sache. Beastmaster ist eigentlich auf der Offlane. Sie können einen Aix junglen, aber das ist auch wieder super greedy. Und dann bekommen eigentlich Clockwork, Sniper und Juggernaut, die starke Lane da sind und sehr viel aus der Lane bekommen. Wenn sie Space bekommen, bekommen sie dann einfach zu viel Space. Das ist, glaube ich, da schwierig. Beastmaster gegen Jugger, eine Lane, die wir schon super oft in dieser DLC gesehen haben, hat Vor- und Nachteile. Vorteil von Beastmaster ist, er hat seinen Boar, der zumindest Juggernaut slown kann im Spin. Nachteil ist, er hat immer noch einen Melee hält. Und Juggernaut, wenn er den, ja, wenn er gleichzeitig losbeginnt auf gleicher Position mit dem Beastmaster, sollte er eigentlich mit dem Spin halt immer, immer rechtzeitig hinterher kommen. Aber wir sehen jetzt zum zweiten Mal, oder ich sehe jetzt zum zweiten Mal in diesem Game, in dieser D.A.C. den Bane. Okay, zum letzten Mal habe ich ihn tatsächlich auf Black gesehen und zwar im All-Random-Death-Match. Das ist technisch nicht ganz zählt. Und es stimmt auch, irgendwo war auch nochmal ein Bane dabei. Aber E.G. mit dem Bane. Vielleicht sogar sehen wir hier eine Bane-Mirana-Kombo. Ansonsten bin ich mir nicht ganz sicher, was die mit dem Bane machen wollen. Außer vielleicht natürlich Nightmare into Requiem. Das ist immer noch eine Möglichkeit. Ich glaube, dafür würde aber der Forst des Oils auch ausreichen. Andererseits könnte man mit dem Oils und dem Nightmare vielleicht sogar zwei Helden mit dem Requiem treffen. Nicht ganz sicher. Aber Bane. Interessant. Trotzdem, jetzt kommt erstmal die Zeit des Supports. E.G. braucht noch einen Support. V.G. braucht noch zwei Supports. Ich rechne so ein bisschen mit dem Witch-Doktor. Aber erstmal Skywath Mage natürlich. Den hätte ich auch kommen sehen können, wegen dem Clockwork. Korks in der Mystic Flair ist eine ziemlich coole Sache. Kann man machen. Aber Witch-Doktor... Oh, Lone Druid. Das ist interessant. Den hatten wir tatsächlich um 9 Uhr schon gesehen. Auf dem Cyclones Joint Dota League Spiel, wo er nicht so ganz gut funktioniert hatte. Hat einen schönen Farm. Aber war einfach ein zu später Hero. Aber Lone Druid wurde noch nicht so wirklich oft hier gepickt in diesem Tournament, oder? Würde ich jetzt zumindest mal nicht von ausgehen. Was sagt Dota Buff dazu? Nein, ist das falsche Dota Buff? Picks und Bann in der Dota 2 Asian Championship. Was haben wir? Lone Druid. Vier Mal. Vier Mal gepickt. Tatsächlich im gesamten Tournament. Und dreimal gebannt. Ja, insgesamt sieben. Siebener Rate gepickt und gebannt. Und... Was ist denn hier? Lone Druid. 42% Win Rate. Naja. Ist 50% beim Benz. Superinteressanter Lone Druid. Und mal schauen, was wir mit anfangen wollen. Auf jeden Fall. Tja. Omni hat gebannt. Für Vici. Wäre auch eine coole Sache mit Sniper und Juggernaut. Enchantress tatsächlich für EG raus. Das wäre... Ja, so ein halber Jungler. Also wirklich... Es ist Enigma raus. Es ist Enchantress raus. Es ist Chen raus. Anscheinend haben Vigi Gaming entschieden. Okay, EG basieren so stark auf dem Jungle. Da müssen wir uns rausbannen. Könnte durchaus hier erfolgreich sein. Witch Doctor tatsächlich als weiterer Support. Habe ich schon angesagt. Witch Doctor ein starker Support und wird halt auch immer gepickt. Und EG als letzter Held. Mal schauen, was hier kommt. Könnte natürlich ein Rubik Game sein, ja. Aber es könnte auch ein Roaming Mirana mal wieder eingeführt werden. Und das ist eine Roaming Mirana. Ha! Easy Predictions. Support Mirana Bane Lone Druid. EG. Die alten Herren. Hat da vier aus seinen Altkriegszeiten erzählt. Damals Mirana Bane Kombo mit Lone Druid. GA2 Zeiten. Kinos. Das müsst ihr mal picken. So oder so ähnlich. Und auf Englisch. Und vielleicht nicht ganz so alt. Aber uuuh. EG. Bane Mirana Lone Druid. Dazu Beastmaster. Da hat er auch früher gespielt. Obwohl er halt jetzt irgendwie gerade das Comeback hat. Einfach weil es halt Core Helden sind, die man downbursten muss. Und halt Shadow Fiend zuletzt. Cooler Stuff, der hier von EG rausgeht. Sie müssen aber auch was zeigen. Sie sind hier 1-0 hinten. Und es könnte das Ende für EG bedeuten, wenn das hier nicht funktioniert. Brauchen hier unbedingt diese Bane Mirana Kills. Besonders halt auch in der Mitte, um zu Mane eine gute Zeit zu geben. Oh, die Legs gehen wieder los. Die letzten Games sehr wenige Legs. Hatte ich mich schon gefreut. Aber anscheinend geht es jetzt wieder so halbwegs los. Aber ja. Super. Haben wir jetzt wieder in der Mitte auf dem Sniper. FVM mit diesem Sky Earth Mage. Natürlich Eis ist Eis. Offlane Clockwork. Fenrir übernimmt mit Staktoren. Sogeletzt Black. Dominik Reitmeier auf dem Juggernaut. Wir haben auf der Seite von EG. Universe natürlich. Offlane Beastmaster auf der Solo Lane. Sumail in der Mitte auf dem Shadow Fiend. Auch eines seiner Signature Helden neben dem Spawns Build. PPD auf dem Bane zusammen mit Aoi auf der Mirana. PPD ja meistens die Position 5. Muss nur in den Nightmare sitzen. Und Aoi kann dann die Plays mit dem Arrow machen. Sonst hat sich der Arrow früh. und trifft auf F.Y. Aber da kommen sie nicht ran. Auch wenn das ein recht schöner langer Arrow war. Aber halt auch schön einfach nur die Plays rausgehauen. Aber down geht der Wort trotzdem. Aber zu nur gut Letzt haben wir 4. Den hat man ja nochmal seine Mikroskills rausholt. Auf dem Lone Drill. Wobei ich tatsächlich vielleicht glaube ich mal aufhören sollte 4 Alts nennen. Das macht ja jeder. Na gut. Dann kommt der nächste Arrow Fishing und wieder daneben. Ja Aoi. Das sind aber mediocre Arrow Skills würde ich jetzt mal so sagen. Andererseits 50% Hitrate bisher. Ist schon nicht schlecht. Schon nicht schlecht. Ja schon. Auch schön von Vici glaube ich zu sehen, dass hier F.Y. in der Mitte wohl bleiben wird. Weil sie halt wissen, dass Bane Mirada irgendwie die Mitte ginken wird. Und besonders mit PPD wird das einfach sein. Dann trotzdem entfiebeln als erstes. Oh, da kommt der Arrow. Und das hat Super nicht gesehen. Das ist unser First Blood. Easy Kills fürs Male. Und oh, PPD. Der Stealer Bane hier. Holt sich jetzt sicher einen Kill. F5 wird low. Aber überlebt das natürlich locker. PPD einiges an Rate Click Damage. Aber wunderschöner Arrow von Aoi. 66% Hitrate. Das geht doch schon ganz gut los. Der erste Arrow getroffen. Sehr aggressives Movement von Super. Obwohl er mit dem Enfiebel hat recht wenig Rate Click Damage hat. Oh Gott. Der Arme. Man schaut, dass Bane durchhält. Und es sieht tatsächlich danach aus, dass er hier konstant hier das Enfiebel auf Super Aufrechter halten will. Sumay mit zwei gescherten Tangos noch. Hat er insgesamt drei hier. Und kriegt auch einiges an Harris raus mit den Lightning Boards von F.Y. Machen zumindest beide Seiten sehr viel ja, sehr viel Fokus auf die Mitte Lane. Wie bis bisher scheint, kriegt E.G. aber erstmal mehr. da raus. Dann lasst du jetzt 3 zu 1 gegen 2 zu 1. Beide Mittel in der Farm nicht wirklich. Vor allem eher Heroes und Engages. Mal schauen, wie sieht der Arrow hier unten aus. Arrow 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 kommt jetzt hier. Kommt jetzt hier. Ah, nicht ganz. Der Rude Button wurde nicht getroffen. Andererseits 4 ist auch noch nicht ganz Level 5. In der Hör hat der B. noch gar kein Rude. Muss auch noch nicht Rude werden. Der hat ganz knapp für die Rune. Jetzt hätte hier vielleicht ein Xero kommen können. PPD kommt vorbei. Weiß, aber da zu late. Der Boots First Bane. Mal gespannt. Zum einen sollte die Offlane für SSI interessant werden. Zum anderen haben wir Shadowfiend. Der F. von Solo-Kill auf Sniper holt. Dann haben wir gehen in Dual Lane. Und das Mail wird hier aber down gehen. Und kriegt sogar noch schön eine XP-FY. Musst du unten hergehen, damit er noch die XP-FM bekommt. Oh, schön mit dem Smoke versucht. Aber PPD war da. Und hat den Smoke direkt abgebrochen, sodass der Hit doch noch connected ist. Tja. Ja, Beastmaster wird recht häufig gespielt. Ist auch besonders gegen die Lane hier ganz gut. Mit den X noch einiges an Damage an Fenrir. Besonders wenn er halt noch Supports hat. Und früh gegen Black hat auch den Spin überlebt. Er hat auch alle Zeit der Welt hier eigentlich, um da anzumachen. Oh, jetzt aggressives Nightmare. Aggressiver Hit und Insta-Death. Aufs Mail. Aber PPD bleibt zu nah dran. Geht tatsächlich noch down. Könnt ihr eventuell, wenn er es überlebt... Aber ich weiß nicht, ob F.Y. für diesen Solo-Kill wirklich sterben muss. Kann eventuell das Moken... Oh, macht das Moken und ist disjointed nicht. Ja, ja. Ups. Ähm, nein, okay. Dieses Lachen war ein bisschen bitteres Lachen. Es war kein Auslachen da, aber schade. Da hat sie die Game-Knowledge anscheinend ein bisschen versagt. Hatte gehofft, dass es dodgen kann. Aber tatsächlich ist es ja nicht mehr mit TP-Dodge-bar. Das ist ja wirklich ein kompletter Global. Ja, hat dann Smoke gedodged. Aber schöne versuchte Plays. Hat aber leider nicht ganz funktioniert. Trotzdem 2 zu 0 für Sumail hier. Der, weiß ich nicht, F.Y. hat immerhin den Kill bekommen. Ja, aber ob das das wert war, hier ohne XP noch vor dem Kill zu sterben und halt komplett einfach Sumail noch einen Kill zu feeden, bin ich mir nicht sicher, ob es das wert war. Na gut, aber Aoi hat auch den letzten Kill technisch getroffen. Oh, kriegt auch sein letztes Mana abgebrochen. Bitter für ihn, aber da kommt schon die nächste Clarity. Ist, glaube ich, jetzt bei 75% Hitrate. Ne, Quatsch, den 1 Arrow hat er oben auf Clockwork besetzt und damit 3 Fünftel. Aber genug Mathe. Erstmal geht jetzt hier Sumail down. F.Y. wird wahrscheinlich wieder bezahlen. Aber eine schöne Cast von Fenrir hier. Das ist meine Dick-Kill. Auf jeden Fall F.Y. Überlebt das Ganze noch. Ups, oder auch nicht. Ein Brainsap und dann den Return Kill. Der Universe ist da, hat kein Raw. Und er hat auch keine Reichweite. Der Braw kommt nicht rechtzeitig da, um ihn zu slowen. Und daher. Nichts möglich hier. Es ist Eis auf der Top-Lane. Wird low, aber kann sich wieder hochsalven. Action vorn und hinten. Und ja, 3 Fünftel Hitrate für Aoi bisher auf dem Arrow. Trotzdem hat er auch Level 2 erst. War bisher nicht wirklich in Experience-Range. Und das ist halt immer so das Ding. Mirana muss halt die Arrows treffen. Aber, selbst wenn sie die Arrows gerade trifft. XP bekommt sie dann nicht wirklich. Und Gold. Sieht auch nicht so wirklich danach aus. Auch PPD hat kein Gold. Von daher. Weil sie kriegen halt Kills. Sie machen Space in der Mitte fürs Male. Die haben halt jetzt auch schon öfters mal down gegangen. Das sitzt halt auch. 3-2. Sniper ist halt 0-3. Okay. Im Net Worth sieht das Ganze halt schon so aus, dass halt Shadowfiend wieder vorne ist. Das haben sie geschafft, außerdem Sniper halt sehr weit hinten. Ja. Haben super down gestartet. Aber pro down. Eis ist Eis. Nächste Arrow getroffen. 4-6 jetzt hier. Und Bane snackt sich den Last-it. 4-6. Beziehungsweise 2-3. Also wieder bei 66% Hitrate. Mal schauen, ob Auri das noch hoch machen kann und ob ich mitzählen kann. Ja. 4 Minuten 11 Kills. Fängt gut an. 6 Minuten. Und 12 Kills. Geht gut weiter. Und 12 Kills sagte ich, nein, 13 Kills. Sniper holt sich jetzt Sumail down. Super. Holt Sumail und kann hier immerhin aufholen. Beide Mittleränder jetzt 3 Deaths. Und aus Super holt sich ein bisschen was. 133. Gegen Sumail mit 331. Also ein bisschen umgedrehte Zahlendreh da drin. Favort noch Sumail. Aber es ist halt auch super wichtig für VG, dass sie hier Sumail down halten. Denn Shadow Fiend darf hier absolut nichts mehr wollen. Es ist halt schon ein Syllabea, der recht gut alleine farmt hier. Wie sieht es aus? Geht auf Radiance oder auf... Ne. Sieht bisher. Das ist ein Facebook-Bild. Kein Midas oder so. Früher Fighting-Bild. Aber er kriegt halt sehr viel Space hier. Auf der Top-Lane der Syllabea. 0-0-1. 42 Last Sets. Fast Top of the Board. Black ist nur noch weiter vorne. Wow. Smail hat die Stacks gefarmt kurz vor der Rocket. Hat ICS-Eyes schon einen guten Game Stands gehabt. Okay, ist halt weg. Lass mal auf die Camps schießen. Vielleicht kann ich mit ein paar Stacks snacken. Wobei er natürlich Shadow Fiend halt leider für ICS-Eyes halt auch nicht sehr low wird, wenn er die Stacks hört. Mit weiten Races wieder zurück. Kriegt halt kaum Damage und hat auch sowieso die Bottle, um das Mana zu holen. Von daher hat er auch keine großen Versuche da vielleicht Kills sogar zu holen. Dann brauche ich Universe. Ja, 4-0 hat immerhin XP, aber ICS-Eyes hat halt wesentlich mehr tatsächlich auf der Offline rausgeholt. Klar, war teilweise halt auch Solo gegen den Syllabea und konnte farmen. War, hat eine wesentlich einfache Lanzen hier als der Beastmaster gehabt. Trotzdem Beastmaster ein bisschen zurück. Und ICS-Eyes hat den Space, den er halt auch als Clockwork gerade braucht. Ist jetzt Level 6, wird jetzt die erste Rotation machen. Und wenn ICS-Eyes Space bekommt, wenn ICS-Eyes einen guten Start bekommt, legt er auch meistens ein gleichermaßen überzeugendes Game hin. Ich finde ICS-Eyes, auch schön gesehen, dass da nichts möglich ist. Aktivierte sich direkt die Elo. Das war wohl ein Missclick. Soviel dazu. Aber, naja. Finde ich hier tatsächlich, aui. Oh, aber kein Long-Range-Hookshot auf dem Miraner, die sowieso rauslieben kann. Das Game Sins, dass er diesen Hook nicht genommen hat. Ne. Findet hier aber PPD, der jetzt hier Dewarded. Und kommt er sich nicht ran, weil die Creepsie blocken. Das ist bitter und jetzt ist ICS-Eyes in Position. Müssen sie definitiv aufpassen, aber hier mit den Wards sehen sie zumindest ICS-Eyes. Und PPD wird da nicht engagen. Oder es ist ein Trap. Und so male guckt einfach mal, bleibt in der Gegenwart und hofft, dass sie hier rein tp-en. Denn, das ist... Ja, okay, jetzt macht es halt Aoi. Damit halt nicht der Hookshot kommen kann. Aber ICS-Eyes ist in Position. Und eventuell dafür ready. Also jetzt wissen sie natürlich auch, dass Aoi gesehen wird. Deshalb steht PPD hier. Der Hookshot kommt hin, direkt rausgelebt und keine Cox. Game Sins von ICS-Eyes. Trotzdem ist er nicht schnell genug. Mit dem Leap ist Mirana einfach schneller als er. Auf der Rückhand haben wir PPD, der jetzt gestunt wird. Der nächste, ah, mit der Rocket. Versucht er nochmal schön, sich selber zu nightmareen. Aber da kommt wieder der Arrow. Hittet immerhin. Obwohl es jetzt gerade nichts bringt. Doch, der Bär ist da. Und FITP in den Cox raus. Schönes Play hier. Die Beastmaster-Axis kommen knapp zu spät. Trotzdem haben wir jetzt eine Juggernaut-Rootie zu Mäh. Tatsächlich da unten. Death-Rootie wird gezündet. Wird gedodged, glaube ich, auch von den Omnis-Licht. Direkt. Huh, Klatsch-Fight. 1 zu 1 anscheinend. Arrow. Ach, jetzt wollte ich gerade hochrechnen. Aber das war, glaube ich, was war das? 3 zu 6 am Anfang. Sind wir jetzt bei 4 zu 8. Also ein Alp nur noch. 66 Prozent. Hit, hit. Wait. 2 zu 3. 3 zu 6. 4 zu 8. Ja, 4 zu 8. Also 75 Prozent. Ich labbe Bullshit. Ne, 6 zu 8 war das eben und deshalb 33 Prozent. 7, 8 zu 10. Ja, keine Ahnung. Ähm. Mathe nach zum 5. Oh Mann. Uni hat sich ausgezahlt. Eine Sub. 66 Prozent. Hitrate sollte es auf jeden Fall sein. Andererseits, langsam bei 10 Arrows, glaube ich, ist es Zeit aufzuhören. Denn you just embarrass yourself. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Zu spät. Tü-tü. Aber egal. Last jetzt. Den A ist langsam mit Zeit, Net Worth auszupacken. Juggernaut hat jetzt mit dem Solo-Kill of the Mail tatsächlich die Net Worth-Chart übernommen. Und übernimmt die Top of the Charge trotzdem mit 5,3 und 5,1k Net Worth. Sind EG noch recht weit vorne. Und es zu Mail und 4 sind weit vorne und weiß ich nicht, wie das Game weitergehen wird. Prinzipiell VG werden mit Juggernaut-Timing recht aggressiv werden. Werden aber auch versuchen, Roshan zu contesten und Roshan zu holen. Bei EG bin ich mir nicht ganz sicher, wie der Plan aussieht. Sie haben Bane Mirana. Space creating. Und ansonsten Ja, sie creating Space for the Mail. Sie creating Space for 4. Aber was wollen sie tun, außer farmen? Bin ich mir nicht sicher, ob sie da einen anderen Gameplan haben. Oder ob sie halt einfach nur Pick-Offs dann halt mit den zwei fetten Helden holen, um was zu tun. Aber, oh. Hookshot und gerade, ich glaube, von Juno ist ja gerade hier den Bär gezündet. Und schon den Hookshot gedodged. Jetzt kommt der Raw im Tower. Kriegen hier den Sniper, kriegt den den Kill. PPD ist da ein bisschen weit vorne. Kann nichts machen, außer Downing zu gehen. Ein 1 zu 1. Kriegen hier mein Clockwork. Aber zu Mail. Oh, schönes Ulti. Aber er geht trotzdem noch down. Der Arrow kommt zu spät. Zu Mail geht hier schon down und der Arrow trifft nicht mehr ganz hier auf den Hit. Der Deathwatch steht ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob Aoi der runter will. Versucht zu hoffentlich, dass er wegjumpen kann. Aber das erste Seite wird immer noch drauf. Hätte eventuell hier den Smoke zünden können, um das zu dodgen. Aber das wären zu viele Plays gewesen. 1 zu 4, soweit ich weiß, der Trade hier. Also er ist Downing zu viert. Schöner, schöner, schöner Engage von Vigi. Die PPD war da ein bisschen komisch vorne weit drin. Hat anscheinend irgendwie gehofft, dass er das Akku ziehen muss, damit andere Helden überleben. Schöner Anfang hat auf Eis das Eis, aber danach hatten sie leider nichts mehr. VIA ist absolut nicht in der Position, noch mitzufalten. Das hat gerade so ein Problem. Geht jetzt noch auf Midas. Und eventuell ist das Midas... Ich weiß es nicht. Also ich will jetzt nicht sagen spielverlierend, aber das Midas ist super greedy von mir hier. Ich weiß nicht, ob sie die Zeit haben. Sie haben den ersten T1 bekommen. Deathbar von Vigi ist, glaube ich, so langsam dran. Als das Eis ist, hat es ready. Sniper, Star, Omni-Slash, auf Juggernaut. Ist soweit ready. Und ich glaube, Vigi werden hier langsam anfangen zu pushen. Und so ein Midas-Bär, nach 13 Minuten, wird, glaube ich, nicht die nötigen Mittel sein, um hier Vigi vom Pushen abzuhalten. Andererseits, gut, abseits von Midas, was gibt es da? Ist das auch so die Sache? Also es wird wahrscheinlich so ein 18 Minuten Radiance-Timing-Versuch sein. Es ist ja die Frage. Ups, da haben sie F1 gefunden. Mit dem Hawk war da auch keinerlei Chance irgendwie auf Rotations und schön von PPD gesehen. Aber ihr kriegt den Lasted. Next, der Arrow, der hittet. Aber technisch mit dem Bane-Setup ist es nicht so schwierig. Auf der Bot-Top-Lane. Da hat es jetzt jetzt 4, der gegolt wird. Deathbar ist richtig drauf. Schöne Body-Blocks hier von Ice is Ice. Und das sieht mir nach einem sehr, sehr toten 4 auf. Hat 1000 Gold. Hatte 1000 Gold. Fenrir kriegt hier den Lasted. Hat jetzt noch 700 Gold. Aber Midas auf den Bären. Ich bin mir nicht sicher, ob es auf Cooldown ist oder nicht. Der Hawk ist auch ziemlich gut hier für den T1 zu scouten. Einfach, weil der sie super die Vision auf den Woods dahinter hat. Man sieht die Pieces, man muss sie nicht nur hören. Man sieht, ob Leute dort sie verstecken. Besonders Ice ist Eis könnte halt hier drin sein. Und auf was zu hoffen. Oder F5 in Scarlet's Mage. Könnte hier versteckt sein. Ist er nicht. VG. Wollte erst mal traden. Aber gut. Ja. Gegen den WMG zu mail. Spätestens jetzt. Lassen wir das mal. In Sachen Trade. Und lassen wir das mal am Trade sein. Deffen. Ist vielleicht. Kingsway hier. Nicht so die perfekte Möglichkeit. Knapp 250 Damage. Da wollen sie sich definitiv nicht reinfalten. Finden hier 4. Mit der schönen Ward. Und das ist ein ziemlich toter 4. Versucht wird hier langsam behalten. Ah, Ice is Ice muss tatsächlich hier noch hochshotten. Aber das. Ja. Ne, nicht aber. Nächster Arrow Hit. Ja. Aber da kommt die Mystic Flare rein. Aber das war die Mystic Flare von VG. Von daher sehr gut. Hier für Ice is Ice. Und 4 geht down. Die im Draft gemenschinene FY plus Ice is Ice, Cox und Mystic Flare Combo. Wird jetzt hier tatsächlich zum ersten Mal ausgepackt. Und ist auch doch sehr verheerend auf 4. 4 geht ins zweites Mal down. Hat sein Meiders, glaube ich, benutzt, wenn er es jetzt hatte. Zum Weg zum Mace ist schon kein Radiance. Ist halt ein Fighting-Bild. Muss versucht werden, diesen Push-Tab zu halten. Aber T2 wird jetzt wahrscheinlich fallen. Und VG. Sind jetzt dabei. Sind auf jeden Fall jetzt am Pushen. Und ich weiß nicht, wie EG dagegen halten kann. Versuchen sie mit dem Slid-Push ein bisschen. Versuchte Traits von Sumail. Hat halt auch ein bisschen Damage auf den Tower. Aber das ist halt nicht vergleichbar mit dem Tower hier, der halt schon auf 0 Damage ist. Können sie nicht wirklich viel tun. Wahrscheinlich wird das jetzt ein Rohrstand für VG. Andererseits wäre es vielleicht auch ein bisschen greedy. Denn die Möglichkeit für gute Arrows. Requiem da rein. Raw da rein. Wollen sie vorher einen Pick-Off haben? Entscheiden sie aber nicht zu finden. Treffer-Rate von Mirana. Ich glaube, es war eigentlich nur ein Arrow, ne? Sollte die ungefähr bei 9 zu 11 sein? Wenn ich mir nicht ganz sicher bin. Also ziemlich hoch. War bisher... Ach gut, ne Quatsch. Eben war hier noch ein Arrow, glaube ich. Habe ich gehört. Ich glaube, es waren sogar zwei Arrows. Ich glaube, es ist ungefähr bei 9 zu 14. So wie ich mitgezählt habe. Ja, danke. Halb sechs, Mann. Du musst Arrows zählen. Eins, zwei. So schwierig. Siehste, verpasse ich nur Hits. Und dann kommt die nächste. Bittum. 9 zu 15. Aber ja. Jetzt ist heute langsam die Zeit von 100% Arrows vorbei. Scouting-Arrows werden umso wichtiger. Von daher werde ich jetzt aufhören und auch nicht mich vom Chat motivieren lassen, weiterhin irgendwie in den Kopf zu haben. Wenn ich es im Kopf habe, naja, 16 Arrows, 9 bis hier sind drauf. Das kann man sich noch merken. 9 zu 16. Aber Treffer-Rate mit prozentual ausrechnen. Könnte ich im zweiten Bildschirm im Taschenrechten haben. Nur für Mirana. Nee, nee, nee. 15 zu 10 steht es aber. Das ist eine Zahl, die ich mir besser merken kann, weil sie da oben steht. Ausgezeichnet. Und die Grafen sehen sehr gut für VG aus. Sie haben den Tower-Vorteil. Sie haben den Map-Control. Sie haben den XP-Vorteil. 4 ist schon zweimal gestorben. In kürzer Folge tatsächlich. Haben halt die wichtigen Pick-Offs darauf gemacht. Im Net Worth ist Black. Ziemlich stark am Führen. Klar gefolgt von den beiden Cores von EG. Aber 5 Minuten vorher sah das halt noch ganz anders aus. Da haben auch beide Cores von EG gefolgt. Aber wesentlich mehr Abstand von Super auf dem Sniper, der jetzt langsam gecatch-up hat. 8000 zu 8000,3. Exakt gleicher Net Worth für eine Sekunde. Habt ihr bestimmt nur kurz gesehen. Zumal muss jetzt hier der Silence angemacht werden. Wird nicht gedodged. Ist nicht genötigt gewesen. Wäre sogar noch den Rocket gekommen. Aber schöner Side... Äh... Schöner... Ja... Schönes Invis. Um zumindest super davon abzuhalten, ihm hinterher zu laufen. Hatte natürlich noch einen Blink. Hatte einen Oils. Wäre vielleicht sogar... Ja, vielleicht auch wirklich gewesen. Aber naja. Oh, wirklich. Halb 6. Übrigens Blacklight-Black-Witze. Na gut. Halb 6. Blacklight. For you. Auf dem Juggernaut. Casting. Ist... Ja. Caster, die spielen Next Level. Wäre aber auch... Ein bisschen komisch hier. Denn... Ihr wisst es ja alle. Caster. Warum wird man Caster, wenn man nicht spielen kann? Zumindest in meinem Fall. Oder so. Aber naja. Technisch den Dota. Jeder ist gut. Zumindest in seinem eigenen Empfinden. Ups. PPD wird gefunden von Ice-to-S-Eis. War da sehr aggressiv halt vorne. Ich weiß nicht, was er wollte. Wollte den Wrap-Around haben. Aber jetzt... In Nationate kommt super. Trifft den nächsten Arrow tatsächlich. Es steht 10 zu 17 für ihn. Ice-to-S-Eis. Kriegen hier wieder die Kombo raus. Aber... EG hat da noch... Zumil kriegt hier noch das Oils raus. Kriegt das Death-Racken raus. Aber es macht einfach kein Damage. Außer natürlich aufs FY, der hier down geht. Der Shot kommt raus. Vier überlebt das Ganze noch. Geturnt wird auf Black. Oh, die Exes treffen fast. Die zurückfallenden Exe treffen nicht. VG ist low, aber wir leben das noch. Super kriegt was für Damage vom Tower. Aber Fenrir's Daumen hoch zu heilen. Und kompletter Team-Wipe für VG. Zu 2. Tatsächlich. 2 zu 5 hier. Starker Teamfight. Wieder mal PPD out of position. Super greedy. Dachte hier vielleicht, dass sie hier nicht finden und hier nicht gucken. Haben wir auch schon den aggressiven Ward gestellt. Aber... Nix da. Clockwork war halt entweder hier oder hier. War halt 50% Chance, dass sich das PPD wieder gefunden wird. Hat er trotzdem eingegangen. Und haben sie damit sehr stark bezahlt. Es sieht nicht gut aus für EG. 20 zu 12. Das Einzige, was besser für EG ist, ist die Hitrate von Aoi. Ja, 100% Hitrate, wenn es gerade kein Scouting-Arrow ist. Tja, aber naja. Ja, Abaddon hat er im letzten Match gespielt. War eine ähnlich unterperformende Performance, finde ich, von PPD im ersten Game, der Abaddon. Klar ist er nur da, um das Bat-Rate-Laster abzubrechen. Das Problem ist, dass er halt nicht unbedingt gebraucht hatte. War auch wieder oft out of position. Hat oft gesplit-pushed alleine mit dem Abaddon. Und ist dabei halt auch auf Down gegangen. War mir nicht ganz sicher, was... Ich glaube mal, dass ich... Einfach das nicht so gesehen habe, was er getan hat. Ich glaube, er hatte schon einen Sinn. In diesem Game vielleicht schwierig. Oh. Hookshot auf nichts. Da war niemand. Worauf hat er geschossen? Nicht sicher. Tja. Schauen wir uns mal die Grafen an, nur um zu sehen, dass... Oh Gott. WG sind weit vorne. Für EG-Fans. Sieht schlimm aus. Sieht schwierig aus. Außerdem, so wie ich das bisher auch mitbekommen habe, gibt es hier kein Lower Bracket für EG, wenn sie hier down gehen. Es sieht bisher nur danach aus, als ob es hier... Naja. Platz 3 gehen wird. Derjenige, der hier im Halbfinale verliert, gegen denjenigen, der im Lower Bracket Finals verliert. Weiß ich nicht, ob beide Platz 3 sind, aber ich glaube, hier im Halbfinale vom Winners Bracket wird dann Platz 3 einfach, weil, naja, Lower Bracket, Winner Bracket. Sollte eigentlich dann EG Platz 3 hier zustehen. Und das Lower Bracket verliere dann Platz 4. Glaube ich mal. Aber, äh, bin ich mir nicht ganz sicher. Zumindest habe ich hier kein Match, kein Spiel im Platz 3 in dem Ding gesehen. Comments Lower Bracket. Stimmt, äh, Flip-Pedia gucken, ist ja gerade Zeit. Sieht mir das in den Dingern von BTS zum, zum, äh, dieser Overview war das nicht. Aber... Wait, what? Ach, gee, es gibt dann noch einen Best-of-Three. Oh Gott, das heißt, EG, wenn sie jetzt verlieren, kommen sie ins Lower Bracket. Und es gibt dann nach Secret gegen BG noch einen Loser Bracket, Losers Finals. Und dann gibt's die Grand Finals. Oh Gott. Ja, okay. IC, Liquid-Pedia 2 OP, zeigt die richtigen Fakten. Ich hatte eventuell gehofft, dass das, äh, vielleicht das Grand Final doch noch heute ist, aber nein. Das heißt, es gibt... Jetzt sehen wir nicht nur das Halbfinale, sondern das Winners Bracket Finals. Hört sich doch schon wesentlich besser an. Danach gibt es das Loser Brackets Halbfinale, danach das Loser Brackets Finals. Und dann kann man das Grand Final doch nochmal ein bisschen mehr hypen als das eigentliche Finals. Denn es ist ja nicht so wie die anderen zwei Finals, die vorher kommen. Nein, es ist das große Finale. Ja, bestimmt 20% größer. Da haben bestimmt 20 Marketingstudenten dran gehockt und haben sich dieses Naming-Schema ausgedacht. Oder es kommt von Football, die halt auch Dinge hypen, die nicht so viel zu hypen sind. Keine Ahnung. Superball, eines der überschätzten, der meist überschätzten Sachen im 21. Jahrhundert. Würde ich zumindest jetzt mal behaupten. Aber ja. Nein, wenn ich jetzt auf SofiaTV kaste, auf dem Hashtag größten deutschen Channel, muss ich natürlich nur für die Viewer sein und darf keine Meinung haben, die dem Mainstream entgegensträht. Oder auch nicht. Deshalb muss ich natürlich auch nachts um halb sechs noch sagen, oh, habt ihr einen Superball gesehen. Sportsball-Event, total toll. Nein, Quatsch. Anyway, nichts passiert, außer dass Pipi, die hier nicht down geht. Das ist bitter. 4-Step wurde halt schon passiv benutzt. Der Scouting-Arrow geht daneben, aber naja, es war halt auch nur ein Scouting-Arrow. Dann kommt der nächste Shot und ja, Pipi geht down. Space created, würde ich jetzt mal sagen. Sehr viel Space, aber das Problem war, sie mussten halt nach vorne. Hat lange gechased. Das Problem ist, Vigi hat halt genau dahin gechased, wo sie hinwollten, nämlich in den Tower. Und Richtung Gegner. Onwards to the enemy. Von daher hat es jetzt nicht so viel Space created, beziehungsweise nicht so viel Zeit gefressen, dass Pipi da sehr langsam down gegangen ist. Wie ist die Pipi? Pipi steht 3-5, okay. Tordi ist aufgestorben, wie ich dachte. Hat eigentlich immer Tanky-Helden. Es gleicht das aber gleichsam mit Out-of-Position-Sein aus. Okay, klingt böser, als es eigentlich sein sollte, nein. Naja, Vigi geht in High-Ground. Und bevor das jetzt hier so gleich so ein einfaches GG wird, wie in dem letzten Game, wo sie dann einfach High-Ground dann das zweite Mal gehen und dann GG callen. Schauen wir mal hier, wie das hier auf der anderen Seite sein wird. Hier kommt tatsächlich der Go, Sumail, BKB, bam, Eis ist Eis, fliegt hier in die Luft. Aber er lebt tatsächlich noch. Holy Shit, mit dem Healing Watch sollte das schnell wieder sein. Oh, schöner Hookshot auf 2. Geht hier natürlich noch down. EG, Universe kriegt noch gerade den Call raus. Das besiegelt das Schicksal vom Omnis, von Omni-slaschenden Juggernaut tatsächlich. Aber der Death Watch steht gut, der Death Watch steht gut. 4 ist schon down für EG. Der Bär scheint das noch zu überleben. Trotzdem 2 zu 4 getradet. Das ist bitter, das könnte High-Ground werden. Wie sieht das mit Buybacks aus? Buybacks sind alle vorhanden. Okay, das ist mal gut. Alle haben Buybacks. Bis auf Aui. Aber der ist auch in 10 Sekunden wieder da. Mal schauen, ob sie hier wirklich viele Buybacks forcen. Wahrscheinlich erst für die Rex. Die Lüfe ist nicht vorhanden, aber Backdrop Protection ist ja gerade praktisch. Ist noch nicht so weit, dass die Backdrop Protection brechen können. Jetzt haben sie gebrochen durch die Creeps, durch diesen Forward Slider Moonwalking und Creeps. Weiter Moonwalking, bis er einfach so stirbt durch das Midas, okay. Da hat 4 den richtigen Creep gemoonwalked. Aber naja, Rex können sie, können sie deffen, indem sie halt einfach warten. Können sie ja nicht High-Ground gehen. Haben keine Barriks forcen können, aber ebenhin einen Tower haben sie dadurch bekommen. Laut Reddit, Cheaten Big God. Aha. Okay. Die Smokes gehört haben, okay. Hm. Nicht sicher. Vielleicht muss doch jemand sich kurz den Ohrenschmalz aus dem Ohr holen und muss sie deshalb seinen Kopfhörer raushaben. Also für die Leute, die nicht den Chat lesen. Big God ist wohl gerade auf Reddit, dass sie quasi gecheatet haben. Die Kopfhörer werden im Spiel zumindest aus einem Ohr rausgeholt. Ja. Technisch natürlich nicht ganz feine Sache. Ist halt die Frage. Es könnte unter Umständen halt einen sehr großen Unterschied machen. Gerade bei Smokes, gerade bei Roshan oder so. Die haben ja doch die ganz guten schalldichten Booths. Weil nicht wie bei ESF Frankfurt, wo du halt Roshan gehört hast, weil du halt irgendwie eine 5 Millionen Watt Base Machine dort hattest. Und Roshan hat irgendwie einen Slam gemacht. Und das hast du halt irgendwie bis Frankfurt Innenstadt gehört. Und du so, hm, ich glaube, sie machen Roshan. Außerdem, glaube ich, auch der Smoke hat erstaunlich viel Bass für den Smoke gehabt. Der eigentlich nur so ein bisschen Puff macht. Aber ja. Mit einem Stadion, mit riesigen Boxen. Da waren mehr Boxen als auf Fucken oder so. Da waren eine ziemlich große Soundmaschine. Ist auch so ein kleiner Smoke. Ziemlich viel Bass. Ja, muss mal schauen, wie sich das bei BigGod entscheidet. Ah, okay, das ist das Foto. Ja, sie hatten die Kopfhörer kurz ab. Das hätte ich mir jetzt so nicht vorstellen können, wenn du mir nicht dieses Foto von einem Menschen, der keinen Kopfhörer auf hat, gezeigt hättest. Danke für diese Information. Äh, ja, nein, vielen Dank. Pausen Gaming. Hatten wir es nicht letztens schon. VG gegen EG. Nicht gegen das Game, aber ja, Pausen Gaming war doch letztens auch schon bei VG zumindest. Einige Pauses, aber erstmal Pauses. Könnten bei den chinesischen Stream aufmachen. Keine Ahnung, ich sehe dich nebenbei laufen lassen, ne? Lass ich mal laufen. Mal schauen, was dort so gerade los ist. Ob sie vielleicht die Menge zeigen. Nein, auch gerade Pause. Schau, nichts passiert. Hunderter Ping. Oh, Hunderter Ping. Oh, wie viel Ping haben wir denn? Hunderter Ping. Oh, das ist gerade ganz gut. Ja, die Lächs sind vorbei. Okay, die Busse sind nicht schalldicht. 160, ja, ich habe auch 160, das ist wunderbar. Aber ist vielleicht doof für Inhouse. Ich glaube, sie haben eine Logo Lobby und 160er Ping. Was ist da los? Hm. Na gut. Oh, ein Smiley. Von wem kommt das? Von Sumail. Oh, schöner Smiley. Oh, ein schöner Runderkreis. Und noch ein Smiley. Wunderschön. Was ist das denn für ein... Das soll ein Kreis sein, Sumail? Das kann ich meine... Oh. Kann alle Leute besser. Oh, jetzt mit Ohren. Oh, Sumail wird immer ein besserer Zeichner. Was? Dieser Kreis wird immer schlimmer. Jetzt ist es ein Dreieck. Okay, ein Viereck, nein. Nein, ein Trapez. Und jetzt ist es sogar Haare. Oh. Wird doch immer mehr von Sumail. Oh. Und jetzt... Äh, dieses Gesicht... Soll das jetzt... Soll das ein Kreis sein? Jetzt kann er nicht mehr mehr Smilies malen. Jetzt spielt jetzt Snake gegen sich selbst. Nein. Oh, Mann. Okay. Okay. Mit diesem Stream habe ich verloren. Guck mal, ob ich es nochmal anbekommen habe. Nein. Da würde ich uns weitergehen. Alles geht weiter. Und... Ja. Mit diesem Stream macht es tatsächlich noch keinen Dota gerade. Aber wir sehen Dota. Schauen wir mal, wie es aussieht. Nachdem wir genug Sumail-Zeichnungen gesehen haben. Geht es jetzt hier mit einem aggressiven Smoke. Doppelt unsichtbar. Hält besser. Energie im Dschungel finden sie aber leider nichts für EG. Das wären wichtige Pickups, die sie bekommen könnten. Besonders mit der Double Dimension auf Shadow Fiend. Aber sieht nicht gut aus. Kommt die Rocket. Die Rocket scoutet. Glaube ich. Die Helden. Weiß nicht. Aber ich glaube, sie war zu schnell vorbei. Trotzdem hier. Roshan lebt nicht. Kann in einer halben Minute eventuell respawnen. Und Vigi... Ah, Smokes wird überbewertet. Geht einfach so rein. Finden die den Boar. Der Boar scoutet die alles. Aber auch dieser Ward. Und scoutet natürlich alles. Wir haben keine Gems. Und natürlich auch keine High Ground Vision dort. Der Hawk. Wird hier nicht gesehen. Und sie sehen erstmal Illus, die nach vorne kommen. Die komplett EG scouten. Aber halt auch schnell darum gebracht werden. Der Bär fängt langsam an, ziemlich hart zu halten. Mjolnir und Besshav komplettiert auf 4. Trotzdem wird es das Spiel. Der Spielbidi wird hier gesehen. Kriegt einen Assassinate ab. Bam. Das macht einigsten Damage. Nicht zu unterschätzen. Aber erstmal hier. Black wird hier nicht gehetet. Joggernaut. Aber es reicht nicht ganz. Kriegt ihr die Healing Ward raus. Und wird gleich versuchen anfangen zu slashen. Zack, zack. Da kommt der Slash. Zum Mail kann das noch dodgen. Aber es geht natürlich immer noch weiter. Die Death Ward würde auch noch weiterhin da stehen. Assassinate kam raus auf PPD. Der aber keine Möglichkeit hat, hier wegzukommen. Oh. Und auch wunderschönes Manta, um ihn da zu verwirren. Mit den 400 Damage. Das hat nur 300 Pure Damage gemacht, glaube ich. Wunderbar wäre das sowieso kein Kill gewesen. Vier. Versucht hier wegzukommen. Wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Ne, noch lange nicht. Versucht hier zu TP'n. Wird eventuell... Oh, schafft das TP einfach raus. Schön gemacht. Einen Bär kriegen sie natürlich noch. Super. Ohne Headshots, die stunnen können natürlich. Einfach aber. Oh nein. Oh nein. Weniger als 200 Leben. Und diese Pure Damage von 300. Die es macht, wenn der Bär down geht. Backlash pure Damage. 10%. Okay. Hat ihn tatsächlich den Backlash getötet. Oh, Teamwipe. Gegen EG. Ein weiteres Mal. Und VG mit 30 zu 15. Siehen hier ziemlich stark aus. Und können jetzt... Rotieren erst auf die Top Lane. Holen die Range Racks. Holen danach die Melee Racks hier down. EG respawnen so langsam. 33 Sekunden auf 4, der auch keinen Bären hat. Das wird schwierig zu deffen. Und es könnte ein weiteres antiklimatisches GG hier werden. Ich weiß nicht, wie sie das hier deffen sollen. Clockwork. Ice is ice ist zwar noch ein weit weg. Aber... Ja. Okay. Ziehen sich erstmal zurück. Sumail alleine. Könnte auch schon einiges an Damage machen. Black. Wieder von einem Long Range Arrow getroffen. Die Zahlen gehen hoch. Aoi hört nicht auf, gut zu treffen. Technisch war ein Scouting Arrow. Aber das... Wie zählt man das? Also jeder Arrow, der nicht trifft, ist ein Scouting Arrow. Aber jeder Scouting Arrow, der trifft, was ist das dann? Ist das ein Hitting Arrow oder ist das trotzdem ein Scouting Arrow? Na, wahrscheinlich ein Hitting Arrow. Ein Hitting Scouting Arrow. Hmm... Wir werden es nie erfahren. Schauen wir uns mal die Grafen an. Vossel Lulz. Aber es sieht zwar, glaube ich, ziemlich eindeutig aus. Ja. 15 Kai. Net Worth vorne. Eine Land of Wrecks jetzt hinten. Tower in der Mitte. Auch sehr low. Sehr, sehr low. Aber EG sind noch im Spiel. Sie haben mit dem Lone Druid auch einen ziemlich guten Late Gamer. Wir können halt schön dieses 12-Slotted Lone Druid sehen. Aber, tja, ist halt trotzdem die Frage. Wir haben Juggernaut, der fett ist. Wir haben jetzt Eises Eis, der reingeht. Wir finden tatsächlich hier den Bären wieder drin. Und der Bär ist wieder down. 10% Damage ist nicht viel auf Lone Druid. Aber wieder kein Bär. Such hate. Such hate GG. Ja. War schnell. Super antiklimatisch. Aber krass runtergespielt von VG. EG hat natürlich am Ende keine Chance sein. Aber ein sehr, sehr melancholisches GG, würde ich jetzt mal von PPD sagen. Ich glaube, EG sind da ziemlich im Boden zerstört. Also der Stream hat leider gerade irgendwie keine Bilder davon. Aber ja. Schwach irgendwie von EG. Hatte ich schon mehr gesehen. Aber stark von VG einfach. Und ja, Eis ist Eis war stark hier. Hatte ich tatsächlich gedacht, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr abgeht. Die Hookshots waren gut. Aber ich weiß nicht. Ich habe schon einige Phönix-Gamer, die ich mich beistet als erinnern kann. Die da tatsächlich noch so diskretere, wichtige Hits waren. Aber VG sehr gut gespielt von quasi allen Helden. Und sie sehen hier sehr stark aus. Und sind im Grand Final der Championships. Und sind auf dem richtigen Weg, eventuell das Ding komplett zu gewinnen. Aber wir werden sehen. Wir sind tatsächlich jetzt eine Stunde schneller fertig, als die Schedule es vorsieht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Secret hier schneller anfangen wird. Ich gehe mal davon aus. Von daher nicht ganz um 7 Uhr. Keine Stunde Pause wahrscheinlich. Mal schauen. BTS zeigt Bühne. Aber wir nicht. Na toll. Na dann, ja. Zeigen wir BTS. Das war es von mir erstmal. Jetzt geht es gleich weiter. Secret gegen Big God. Vielleicht sehen wir da mehr. Gut. Ja. Bis gleich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht schaut ihr noch länger zu. Ich bin Sisson. und ihr schaut Saphira TV. Wer hätte das gedacht? Das habt ihr bis jetzt wahrscheinlich noch nicht ausgefunden. Anyway, ich höre auf zu reden. Bis gleich. Ich bin Sphira TV.